Moin Moin! Willkommen zurück bei ARX2 Revolved Uncut Decentre. Ich habe mich eingeloggt und wurde gleich zum Quetzal geschickt. Der Daniel kommt jetzt durchs Gate da hinten bei der bei der Batman-Insel. Den hole ich dann da ab und dann versuchen wir mal das Ding hier zu legen. Aber müsste eigentlich klappen. Dann haben wir ja schon einen Quetzal. Okay, fangen wir an. Wo es ihm gerade mal nur einschwert? So, Georg ist auch dabei? Nee. Nee. Noch nicht bei euch. Hi. Achso, ich bin da. Ich sehe da hinten an. Nee. Kommst du her? Ja, ich komme her. Äh, ich hole dir. Hey, da ist ja... Bist du bei der Batman-Insel, ja? Ja, ja, ich bin direkt am Portal. Okay. Dann müsstest du einen Quetzal sehen, oder? Ja. Gut, den lassen wir erst mal da. Hier ist gerade irgendwas vom Bär eingefallen. Ah, kommt eine Fledermaus. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, ich bin unterwegs. Nee. Kann ich die töten mit einem Speer? Ja. Level 80, Alter. Oh, jetzt habe ich zwei. Level 150. Sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Wir müssen aber nochmal an den anderen Quetzal dran. Weil der hat das Prime-Meat einstecken. Sterbe. Hilf mir. Hab ich dich? Nein. Nee. Ich laufe in die Richtung geradeaus. Jetzt hast du mich. Kannst du irgendwie auf den Quetzal zugreifen? Äh, n. Auf welchen? Auf Superman. Du hängst ja bitte in dem Quetzal drin. Steig jetzt nicht ab, Alter. Ganz vergessen. Wie lange du da drin hängst. Wo hängst du denn? Ey, du hängst in dem anderen Quetzal drin. Komm bitte. Die Viecher kommen. Superman. Ja, dann flieg weg. Superman, greife an. Ne, was soll ich denn angreifen? Ich sehe nichts. Achso. Nö, der macht nichts. Doch, jetzt macht er was. Damage kriegt er. Ich sehe halt gar nichts. Ich häng in dem Vogel drin. Hä, wie kann der nicht pfeifen? So, jetzt. Du musst... Au. Meine Rüstung ist kaputt. Ich kriege Schaden und ich werde wieder sterben. Oh, ist tot. Du hängst vorne auf dem Quetzal drauf. Voll geil. Gib mal Munition. Ich schieße. Ey, flieg da jetzt nicht hin. Ich bin fast tot, Mann. Ja, dann komm mal zurück auf die Plattform. Geht das? Ja, wie denn? Na, spring. Ja, dann fahre ich ins Wasser. Okay, warte, dann... Ich häng ja... Eigentlich häng ich ja noch um hier dran. Jetzt steig auf. Steig einfach auf. Kann ich nicht. Oder doch jetzt. Okay. Jetzt müssen wir da oben mal die Viecher weghauen. Mensch, mach das mal. Wie willst du das machen? Peif den einfach und dann flieg ich weg. Hast du den? Okay, warte. Harten. Dann hauen wir hier schnell ab hier ein bisschen, dass die da despawnen und gut ist. Kommt der hinterher? Ja, du darfst nicht so schnell. Der ist nicht so fix. Achso, stimmt. Das ist ja die lahme Schnecke. So, dann flieg jetzt einfach einen Bogen. Rechts übers Land. Nein, ich hätte schon die sporen. Warte, warte, warte. Stopp, 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 stopp. Stopp. Ah, fuck. Flieg mal zu dem ran, dass ich da das Priming draußen nehmen kann. Nee, ran. Hä? 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 Es ist halt voll schnell, Mann. Das kannst du gar nicht richtig dosieren. Hättest du? Hä? Warte, ich mach jetzt einen Move. Häh. Ins Wasser gefallen. Uuhuuhu. Warte, bleib einfach so. Wedermäuse sind auf jeden Fall weg. Okay, wir können weitergehen. Aber ich lass den hier aber. So. Ich muss mich jetzt nur so drehen, dass du jetzt nicht runterfällst. Okay, warte mal, wo? Der bleibt jetzt hier einfach. Wo war das jetzt? Da hinten, oder? Genau, jetzt geradezu einfach, müsste irgendwo sein. Habt ihr ein weißes Marmur abgestellt? Das hab ich voll. Ist das ausgewachsen jetzt? Nee. Das ist ein Baby, ne? Ja. Oh, hab ich voll mitgebracht. Fand ich süß. Okay. Die Peach war auch ein Baby, als wir die geholt haben. Echt? Aber wir haben sie halt so getamed und dann ist sie halt ausgewachsen. Achso. Ich glaube, so bleiben die einfach so. Nee, nur wenn du die betäubst, dann fängt der Alterungsprozess an. Ja. Also wenn du die etamed hast, ja. Versuch mal weiter links zu finden. Unsere Terrasse ist sehr beliebt. Da steht so ein blöder Parasaurus mitten auf der Terrasse. Ja, das ist schon... Ein blödes Vieh. Ach, hier drüben am Haus oder was? Ja. Ein Stückchen weiter links. Kennst du, der ist schon hier rüber? Der ist schon ins Landsinnere. Achso. Äh. Blödes Vieh. Da unten, unten rechts ist er. Was, unten rechts? Ah. Nein. Machst du? Was machst du? Na, du wolltest doch jetzt nicht von der Höhe schießen. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh. War er gelandet? Oh, ich bin im Wasser gelandet. Hol mich. Kannst du nicht, wenn ich ranfliege, dich bewegen? Äh, du musst einfach landen, absteigen und dann steig ich auf und dann steigst du. Ja, ich kenn das. Na, es kommt. Oh, wieder kein einziger sein. Also, bist schon da. Darf ich? Ja. Lass mich erst ranfliehen. Ja, ja. Wo ist denn der jetzt? Einfach gerade zu. Ach, da. Da, da. Immer unter ihn, dass er sich in den Bauch schießt. There is no fucking heck. Oh. Ist. Sagen wir, wie lange braucht es denn noch? Kommt drauf an, wie der sich jetzt hier anstellt, der Quetzal. Ja. Jetzt macht er ihre Moves, Alter. Die kotzen sich schon mal zum Kotzen. Wo die Pfeile hingehen. Könntest du mir den Anculo mitnehmen, bitte? Nee, jetzt nicht. Nach hier. Ja, dann ja. Wenn wir den hier haben, dann bringe ich den mit. Deswegen fahr ich den. Ich lasse aber nicht, ob ich direkt runter bin, weil das voll komisch aussieht. Nachlaute, Bug. Ah, ich drehe da ab. Ja, der wird die andere Knarre unverschießen. Ja, der hat doch getroffen. Bleiben zu dir ran auf Folgen, das ist einfacher. Wolltest du ran? Nee, das ist zu weit weg. Das habe ich nicht mehr. Ich bin wieder zu weit weg. Oh, ah ja, warte. Ah. Ja. Nee, ist jetzt hier unten nicht irgendwie ein T-Rex oder so eine Scheiße, wenn der runterfällt, ey. Na weh. Bei mir ist der halt hier auf so eine Steinformation gefallen, den ich jetzt hier habe, ja. Da habe ich echt Glück. Wenn der hier oben auf so eine Spitze fällt, das wäre cool. Ja, natürlich. Unter uns ist jetzt natürlich der See, nicht dass der da rein flattert, ey. Ja, da kann ich ja nicht beeinflussen. Ja, lass ihn erst mal ein bisschen fliegen jetzt und geradeaus da hinten, dass der da im Tal ist. Na, warte kurz. Der rüber ist. Vielleicht fällt der ja direkt hier auf die Plattform, wäre der cool. Na, man kann die auf jeden Fall fangen. Also, so einbacken. Ja, jetzt kannst du Feuer geben hier. Boah, daneben. Hast du mich getroffen, glaube ich, oder? Nee, nee, ich habe den getroffen. Du bekommst hier mit, wenn du einen abstützt. Oh. Oh, ein bisschen zu schnell. Was, jagt ihr jetzt mit zwei Quetzlers, oder? Nein. Nein, einen haben wir abgestellt. Wieso? Ist der ihn sicher da sehen, oder? Der ist einfach nur los. Ja, der schwebt. Und was will ich? Ach. Macht er denn hier für? Alter. Das Vieh, Junge. Aber so langsam könnte er mal... Ja, der ist halt 80, ne? Der braucht noch ein bisschen. 70. 70. Okay. Weil der macht halt jetzt hier... Jetzt fängt er an, hier so eine sinnlosen Flugmoves zu machen, hier, Alter. Die Sonne scheint... Vielleicht? Vielleicht? Wenn der mich hier runterschubst, ne? Dann bin ich tot. Der nicht. Oder Quetzel. Ist der zurück, oder? Wieso denn? Unter uns direkt. Warte. Ich muss warten, bis der vorbei ist, dann kann ich... Ah, jetzt fliegt er mal schneller. Kann ich den nicht grappen jetzt? Das wäre so eine ideale Pose hier. Das wäre schön, ja. Aber denk dran, hier ist jetzt Wasserwitter, ne? Guck mal, wo wir schon... Ah, das ist Spino, ne? Guck mal, wo wir schon sind. Guck mal. Guck mal auf die Karte. Ich gerade nicht, Alter. Er ist fast 100%ig, Alter. Stimmt, hier oben ist doch das Hamsterding hier oben, ne? Pass auf. Du wisst je, was da oben ist. Ein kleiner Giga. Auf 1.80 ist der sogar. Wut? Fuck, ich sehe ihn nicht mehr. Nach vorne links. Ich auch nicht. Nach vorne links. Ach, da. Nehmt ihr ihn auch gleich mit, oder? Ja. Jetzt will wir vorbeigehen. Na komm, dreh um. Da komme ich nicht hin. Er dreht nicht um, okay. Na ja, ich warte jetzt immer, weil der immer umdreht. So. Wieder ein paar Narcos gemacht. Hast du gesehen, der wollte mich angreifen. Ja, ja, ich hab das so, dachte ich mir auch gerade so. Der wollte dich grappen, wollte der dich. Wäre der Kieger? Ne. Ja, der Kieger grap. Ja, weiß ich ja nicht. Ist ja berühmt, berüchtigt für. Guck mal, hier vorne ist unsere Base. Muss ich mich verarschen? Wenn der jetzt fällt, wäre es gut. Ja, geht so. Wird bessere Orte geben. Ja. Hier ist auch jetzt nicht so viel, außer der Kieger. Außer, ja. Halter, mal runter, Alter. Das sah gerade so aus, ob der runterfällt. Du darfst ihn jetzt nicht verlieren, ne? Das ist nicht so, der ist halt grün, ne? Wo ist denn der jetzt da? Also ich seh ihn nicht. Ja, ich seh ihn, oder? Der hat hier. Links. Geht das halt echt schwer, dadurch, dass er so grün ist, wenn der hier im Wald ist. Ja, komm, verpackt dich. Verpackt dich, dann teelmich dich, verpackt dich, dann teelmich dich. Das ist aber Gas, Alter. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ja, gerade wo ich fliegen wollte, hast du angedreht. Ja, ich gucke immer, ob der halt wieder umdreht, weißt du? Das ist ja natürlich wieder mal im Wasser. Das ist ja nicht, Alter. Meine Güte, ey, ist das ein Junkie. Nur besser als ein Junkie. Was glaubst du, du müsstest dich mit Bier tamen? Was, Bier tamen? Was glaubst du, du müsstest dich mit Bier tamen? Mich anschleichen an den Quetzler von hinten in der Luft? Andere Spieler kannst du damit tamen. Musst du mit der Grab'n' Hook dich an den dranhängen? Ha, 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 ha. Aber wird sich ja auch lustig aus in so'n besoffener Quetzler oder so. Das geht übrigens, ne? Du haust die Grab'n' Hook an den Petri und pfeifst dann den Petri mit dem Fernglas immer auf Angriff und Passiv auf den Quetzel. So kannst du den verfolgen. Pff. Das ist natürlich mega aufwendig, auch wenn du alleine bist, ist das perfekt. Super tricky. Es ist besser als mit dem Skopio und den immer stechen zu lassen. Nö, das, nö. Aber der hält sich jetzt einfach hier in dem Karree auf, ne? Der geht nicht weiter weg. Ne, umso besser. Dann kann ich runterfallen. Mal langsam. Langsam nervt der nämlich hier mit seinen blöden Manövern ja immer. Hey, meine Karte ist derweil noch offen. Da, los, muss man das gar nicht kriegen. Hey. Wie, der ja auch nicht, dass du deine Karte siehst, ne? Da fliegt der Pfeil zu lange. Also, eine ist in der Rüstung, haben wir wohl in die. In der Rüstungskraft. Oh, komm, pack dich jetzt in dem Dicken, du fährst. Darf ich die haben, Papi? Ja, nimm mit. Danke, Papi. Musst du warten. Das ist jetzt schlecht, wenn er nach da fliegt, Alter. Dann musst du einfach mal vor ihm fliegen, genau, dann dreht er nämlich ab. Das heißt, ich bin überladen? Achso, ja, jetzt noch einstecken. Alter, ernsthaft jetzt? Wir sind viel los, Alter. 30 Millionen Turpo oder was? Okay, wenn du ihn zugucken willst, schnapp dir Ares und komm, in die Bucht. Da sind wir gerade oben mit dem Kötzern. Ne, ich wollte jetzt eigentlich schnell die Brücke bauen. Ja, komm, pack dich da rein. Perfekt. Ja, was machst du? Na, mich auch festpacken. Ja. Ja. Ich kann nicht anschließen. Ein Schwert kann ich dir nicht zu über den Clown, ne, schade. Komm, jetzt kann ich ja fallen, hier ist unser Gehege. Nee, nee, es wäre schlecht, der gefällt. Da jagt uns echt über die ganze Map. Der Hammer, was er aushält hier gerade. Keine Güte, Alter. Da. Ja, wenn das so weitergeht, müssen wir dann an der Base zwischenlanden. Neue Pfeile holen. Sind noch welche im Quetzel drin? Okay. Alles gut. Das wäre ein scheiß Baum hier, wo ist denn der? Warst du nicht die Darts schon ausgegangen, oder? So fast. Schiebt's ja nicht. Der frisst auch hoch ordentlich hier, ey. Ja, aber lassen wir den noch langsamen und leveln das Gewicht, oder? Wir haben ja einen schnellen. Außerdem ist der eh nur zum Kibbel machen da. Achso. Dann? Direkt über dir. Ja, oder? Ich dachte, das ist dann meiner. Oh, du darfst dich mal gerade ausloben, Alter. Aber nicht verlieren halt, ne? Ja, das ist ein Problem bei dir, weißt du? Ich verliere doch kein Tier. Nein. Tier ist doch keins verloren. Ich habe mich immer nur selbst verloren. Ja klar, weil wir sie jedes Mal zurückholen. Jetzt. Perfekt. Runter. Fuck. Mein, was machst du? Ich seh nichts. Ja, ich sterbe jetzt. Warum? Hä? Nee. Nee, doch nicht. Seh nichts? Ich land hier mal. Nee, doch nicht. Ich lebe. Ich lebe. Ah, Bienen. Bienen. Unter mir. Los. Wo's denn der? Ich seh nicht. Hier vorne.